Düstere Prognose droht der deutschen Rentenversicherung die Pleite. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rentenberater und Rechtsanwalt von Rentenbescheid24.de. Die Bundesbank stellt eine düstere Prognose für die Zukunftsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung in ihrem Monatsbericht Juni 2022 auf. Immer mehr Rentenempfänger, weniger Beitragszahler. Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Rente, also Babyboomer kommen. Arbeitsmarkt schreit nach Arbeitskräften. Jedes Jahr werden rund 400.000 bis 500.000 Menschen aufgrund von Rente tot, wegen Alterung im Arbeitsmarkt oder dem Arbeitsmarkt verloren gehen, ohne Aussicht auf Ersatz. Der Beitrag in der gesetzlichen Rente wird durch die Decke schießen, so die Prognosen der Bundeszuschuss für die Rentenkasse wird steigen. Die Bundesbank will das Renteneintrittsalter auf 69 Jahre erhöhen, um die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Geht es der gesetzlichen Rentenkasse wirklich so schlimm, dass bald die Pleite droht? Die DRV weist aktuell auf die gute Kassenlage hin. Über 40 Milliarden Euro an Rücklagen sind vorhanden, ca. 1,5 Monatsausgaben in Rente sozusagen als Rücklage da. Die Beitragseinnahmen sind gut. Die gesetzliche Rentenversicherung werde ihre Aufgaben erfüllen und dies auch in Zukunft tun. So die, ich sage mal, Heeresführung der deutschen Rentenversicherung und damit auch gut so. Und in das gleiche Horn bläst nun auch der Bundesverband der Rentenberater in seiner Jahrestagung. Schon vor 20 bis 30 Jahren wurde der nahe Untergang der Rentenversicherung prophezeit, so der Präsident Neumann vom Bundesverband. Es gibt weder eine Hocherrente noch kaputte Renten, so Herr Neumann. Der Bundesverband der Rentenberater spricht sich gegen Panikmacher aus. Wichtig sei ein guter und funktionierender Arbeitsmarkt und dass immer mehr Menschen in Lohn und Brot gebracht werden, damit sie dann auch Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Dabei sei Deutschland auch international noch attraktiver zu machen, damit mehr Menschen aus dem Ausland hier rentenversicherungspflichtig werden. Wenn ich das alles so höre und lese, was der Bundesverband der Rentenberater da so von sich gibt, dann scheint es mir so, als ob dieser die Realitäten ignoriert und Rezepte von vor 30 Jahren wohlfeil hier anbietet. Alles nur auf einen robusten Arbeitsmarkt zu setzen, hat vielleicht vor 30 Jahren bis 2020, 2021 funktioniert und alles im Lot gehalten. Deutschland hat im Vergleich zu vor 30 Jahren auf dem Arbeitsmarkt aber jetzt eine völlig andere Situation. Es gibt keinen Überschuss mehr an Arbeitskräften. Es fehlen Arbeitskräfte an allen Ecken und Enden. Deutsche Unternehmen müssen sogar Produktionen zurückfahren, können Aufträge nicht mehr zeitnah erledigen, weil nicht genügend Menschen ihre Arbeitskraft anbieten können. Im Jahr 2021 sind 850.000 Menschen in eine Altersrente gegangen. Das waren 29.000 mehr als im Jahr 2020. Jedes Jahr verliert der deutsche Arbeitsmarkt an Arbeitskräften, die selbst bei optimistischen Prognosen nicht einmal mehr durch eine gezielte Zuwanderung ersetzt werden können. Schauen Sie sich doch bitte einfach mal in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, auf dem Bau und sogar aktuell auf den Flughäfen um, was da los ist. Das Konzept allein nur auf dem Arbeitsmarkt mit steigenden Beitragszahlungen zu setzen, wird nicht funktionieren. Wir schaffen es heute nicht. Und das ist ja ein Riesenproblem. Das große Heer der Arbeitslosen und der ALG2-Empfänger auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu generieren, also die dort reinzubringen. Wir sprechen hier von Millionen Menschen, die ihre Arbeitskraft nicht in Beiträge für die Rentenkasse einsetzen können. Welch ein Märchen uns da vorgegaukelt wird, wenn wir sagen, wir müssten zum Beispiel Frauen in mehr Arbeit bringen, was natürlich absolut super wäre. Aber wir kriegen es ja noch nicht mal aus Personalmangel hin, in Westdeutschland zum Beispiel genügend Kita-Plätze zu bauen. Das ist ja ein Riesenproblem. Deutschland konkurriert international um Arbeitskräfte. Viele Länder sind uns mit modernen Zuwanderungsgesetzen meilenweit voraus. Keine Panik? Ich würde sagen, die gesetzliche Rente als Titanic säuft wirklich langsam ab. Vielleicht ist es schon zu spät. Wir wissen es noch nicht. Die deutsche Rentenversicherung wird ein massives Finanzierungsproblem bekommen. Es fehlen einfach immer mehr Beitragszahler. Das wird ja schon prognostiziert. Das wird ja nicht nur heute prognostiziert. Das geht ja schon seit Jahren so, dass Demografieforscher und auch Sozialwissenschaftler genau auf dieses Problem hinweisen. Und die deutsche Rentenversicherung und auch andere, auch die Politik, ignorieren diesen Umstand wirklich tapfer. Alle Kurskorrekturen in der gesetzlichen Rente, wie das Festschreiben des Rentenniveaus, führen nicht dazu, dass die gesetzliche Rentenversicherung auf sicheren Füßen stehen wird. Die Kritik des Bundesverbands, der deutschen Rentenberater, alles sei nur Panikmache, ist deshalb aus meiner Sicht völlig daneben. Rezepte aus der Vergangenheit helfen nicht. Vor allen Dingen da nicht, wenn die Realitäten diese Rezepte scheitern lassen. Allein auf einen robusten Arbeitsmarkt zu setzen, reicht aus demografischen Gründen heute nicht mehr aus. Im Grundsatz, und das würde Ihnen jeder Insolvenzanwalt sagen, wäre die gesetzliche Rentenversicherung schon längst ein Fall für den Insolvenzverwalter. Allein die Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung übersteigen um ca. 100 Milliarden Euro die Beitragseinnahmen. Wir haben ein umlagefinanziertes System. Das heißt also, die deutsche Rentenversicherung bekommt erstmal in der Größenordnung von über 200 Milliarden Euro Beiträge in ihre Kasse eingezahlt. Sie gibt aber 100 Milliarden mehr aus. Das heißt also, an sich wäre die deutsche Rentenversicherung schon längst pleite, wenn sie nicht den Bundeszuschuss als nächste Einnahmequelle hätte. Also ohne den Bundeszuschuss wäre die gesetzliche Rentenversicherung schlicht und ergreifend pleite. Komischerweise wird ein mehrheitsfähiger Wunsch der deutschen Bevölkerung durch große Teile der Politik und der Wirtschaft standhaft ignoriert. Ein Wunsch, der sogar fast in der Bundestagswahl 2021 Realität geworden wäre, wenn nicht die SPD und die Grünen vor der FDP eingeknickt wären. Die Einführung einer Bürgerversicherung. Die Bürgerversicherung in der gesetzlichen Rente wäre eine historische Chance für stabilere Systeme in der Rente und vielleicht sogar in der Krankenversicherung zu sorgen. Für bessere Leistungen und für günstigere Beiträge. Alle Menschen sollen in die gesetzliche Rente einzahlen. Arbeitnehmer, Studenten, Beamte, Selbstständige, Ausländer, Politiker, einfach alle. Österreich macht es uns seit Jahrzehnten prima vor. Und Sie werden es gar nicht glauben, die haben sogar die Beamtenpensionierung für die Zukunft abgeschafft. Das heißt also, Beamte in Österreich werden in der Zukunft oder machen es heute schon zahlen, genau wie alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Anwälte, Notare und so weiter in die gesetzliche Altersversicherung in Österreich ein. Aber nein, wir leisten uns in Deutschland neben der gesetzlichen Rente noch das ebenfalls sehr teure System der Pensionen für Beamte und weitere andere unnötige Altersvorsorge-Systeme. Irre teuer und letztlich in der Zukunft bald nicht mehr bezahlbar. Die gesetzliche Rente ist aus meiner Sicht eine wirklich gute Sache. Das ist gar keine Frage. Wir müssen sie stärken, indem wir unter anderem eine Bürgerversicherung in Deutschland einführen und sofort aus meiner Sicht den Beitragssatz in der gesetzlichen Rente auf 20% erhöhen. Geht im Übrigen ohne Probleme. Gucken Sie sich bitte den Beitragssatz in Österreich an. Der ist seit Jahrzehnten stabil auf über 20%. Und dass wir die deutsche Rentenversicherung natürlich auch zu einem attraktiven Arbeitgeber machen. Kommt eine Bürgerversicherung nicht bald, so wird der Rentenversicherungsbeitrag durch die Decke schießen. Wir reden hier nicht mehr nur von 20%. Dann geht es höher hoch. Und der Bundeszuschuss wird massiv steigen. So massiv sogar, dass er einen großen Teil des Bundeshaushaltes ausmachen wird. Dann muss der Finanzminister tatsächlich wieder einmal bei den Ärmsten sparen, so wie er es ja angekündigt hat. Gute Jobs alleine helfen heute nicht mehr, um auskömmliche und gute Renten für die Zukunft zu organisieren oder zu erwirtschaften. Bei 12 Euro Mindestlohn bleibt nach 45 Jahren Arbeit immer noch eine Hungerrente übrig. Für eine gute und auskömmliche Rente, ähnlich wie in Österreich, brauchen wir dringend zusätzlich noch die Bürgerversicherung. Ansonsten droht der gesetzlichen Rentenversicherung wirklich Ungemach und vielleicht sogar in der Zukunft die Pleite. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.